Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Bait vs. Hainsborough 4 mit mir und Sora und ja Sora... Sora möchte nicht gehört werden, demnach. Willst du das aufschneidest? Mach ich, kein Problem. Gut! Ich meine, es ist keine zusätzliche Schneidarbeit oder so. Ich mach das gerne. Dann will ich das nicht. Ah, so gut, das mag ich nämlich auch nicht gerne. So, warte. Waffe. Nein, ich bin müde. Heute war ein anstrengender Tag. Ich musste in Geschichtsunterricht aufpassen, nicht einzuschlafen. Ja, das ist total schwierig, das glaube ich dir. Ja, ne? Jetzt hab ich dir aneinander so nimmertal. Das heißt, es traut man mir, glaube ich, gar nicht zu. Ähm, fuck. Jetzt hab ich so ne Scheiß-Kugel in die Luft geschmissen. Kommt die irgendwann wieder runter? Niemals. Was ist die denn? Oh, ich laufe erstmal durch die Tankstelle und töte mich halbselbst damit. Was? Hab ich die jetzt eingesammelt oder was? Weiß es nicht. Ich hab auf jeden Fall grad was gehackt. Muss ich auf jeden Fall. Ja, das hab ich immer gesehen. Okay. So, wann wird mir das eigentlich angezeigt? Oh, Spargeld. Gib mich an, du Arsch. So. 30.000 hätte ich gerne meine Wirklichkeit. Oh, ja. Was würdest du damit machen? Auch nichts Großes besonderes. Sparen. Was, Sparen? Sparen. Sparen, okay. Ja. Wer spart denn bitte schon heute noch? Das Geld hat sowieso keinen, keinen, keinen. Ja, ich? Du bist ein komischer Geselle. Weil ich noch nicht wüsste, was ich damit machen sollte. Ähm, eigenen Puff. Oh, okay. Ich hab ne Idee. Okay. Für alles geht das. So, ich sammeln mal wohl ein paar Datensammlungen. Ähm, ganz neben Boy. Es ist halt komisch, dass die jetzt überall auf der Karte eingezeigt sind. Und will man da auch wie immer hin. So. Ähm, was, was war Karte, Karte, Karte? Wo sind wir denn? In welchem Abteil? Oh. Gar keinem. Gar keinem? Oh, hier ist ne Stator. Ach, die ist da oben. So. So. Noch. Oh, 14 Startungen. Okay. Ja, nicht mal viel. Nicht wirklich. So, noch so'n Virus-Kack machen. Mal ganz nebenbei. Und sich von der Mülltonne erschlagen lassen. Ja, von der Mülltonne. Oh. Falsche Taste. Falsche Taste. Falsche Waffe. Kriegt die Waffe irgendwas? Killt die jemanden? Welche denn? Die Waffe! Ach, die! Ja, ne, ich meinte eigentlich die komische Furzwaffe, aber... ...ich weiß nicht. Ach so. Was ist denn das? Statue? Ach, ich bin ne Statue. Die, ich kackt nicht. Ach so. So, erstmal kurz leben wollen. Ach, ja. Ach, ja. Du, 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 du. Ich mag die Musik. Die hat was schwierig. Wo sind jetzt der Gegner? Oh, da kommst du hier mit deinem... möchte gern Dubstep. Kann man wieder Death Battle reinmachen? Du kannst auch Jazz abschillen, Lagonschraf freigeschalten Du kannst auch Dinge in Jazz reinmachen Nein Wie mach ich jetzt nicht schafft? Ne, 3 Kills höher noch So, erledigt Und bist du bereit für einen Fight Club? Ach, da fliegst du gerade da hinten Wie war das hier? Achso, das ist Fight Club, so Ja, das ist Fight Club, das hatte ich mir auf der Karte markiert Hör auf Mittel Mittel Einfrieren und zerschlagen war irgendwie das Beste, ne? Awww Oh, 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 oh Ja, ne, einfrieren, ne? Ach, das sind alles Sniper, ne? So bad Können wir es durch den da hin? Versammelt Geht ja relativ schnell Ja, mit der Taktik Falsch Versammelt, fuck Komm her mein Freund Loll So, gut, danke Loil, ich will den hauen und ich falle um Loil Hä, schon wieder? Was machst du denn? Ich wollte gerade Dekler töten und auf einmal fallen, ich... ich... keine Ahnung was das gerade war Na, meine Kleine? So. Da hinten, lauf nicht weg! Oh, das hab ich eben gesagt, du sollst nicht weglaufen. Alter, sind das gerade viele. Loll, das hat gewirkt. So, wo sind hier noch welche? Da unten. Das tippt. Töt. Jetzt nur der, ne? Ja. Ich mach ihn kaputt. Meinst du, wir liegen gut in der Zeit? Ja, ich hab's doch. Ach ja, stampfen ist eigentlich auch gar nicht mehr schlecht. Nee, behalte mal das Ding. Geil, sieh, gut. Au. Au. Echt, jetzt? Kannst du mich ganz kurz wiederbeleben? Danke. Kannst auch hinbeziehen, die hauen, ne? Also, so ist es nicht. Ich kann noch dich hauen. Ach, die schmeißen auch die Bälle, aber wo machen die das? Das machst du jetzt erst? Ja. Sorry, da ich, da ich kein Blitzmerker bin, das musstest du eigentlich wissen. Ja, hab ich kackt gemerkt. Fick dich. Ach, das warst du. Weil, sag ich ja, Blitzmerker. Wie dazu. Musst du mich immer runter machen? Ich mach gar nichts. Wo musst du, ich hab dir eingereist, warum brennt der denn noch? Geht doch. Wo ist denn noch einer, wo? Oh, wir haben's verkackt. So. Woll, wie schnell man das denn machen muss. Oh, ernsthaft? Ja, ist doch gut. Wie viel Feuer hat es denn noch? Anscheinend sehr viel. Die muss man existieren. Die muss man existieren. Scheiße, man muss ja echt verkackt. Wurde bei dir und eine Zeit angezeigt, oder so? Nee, bei mir nicht. Ja, unbedingt. Ja, bei mir nicht. Jetzt erst. Oder schon immer nicht, ob ich drauf geachtet habe, keine Ahnung. Du hast nicht drauf geachtet, das Klingel. Und das war mit dem, wir haben, glaube ich, irgendwann mal schwer geschafft, ja. Das ist schon ein bisschen, ich fühle mich nicht mehr kacke. Wie viel, vier Minuten, okay. Jetzt weiß ich, was der ging zwar. Das wird auch nicht unter vier Minuten, äh, wir dürfen nicht länger als vier Minuten brauchen. Nein, unter. Und wir haben acht Minuten zum Beispiel Zeit und dürfen davon vier Minuten, so gesehen, wir brauchen und dann nicht weiter. Achso. Also war mein Zeug, das ist der Verkehr. Ach, lucky. Wenn wir zum Beispiel, haben, dann haben wir zum Beispiel sechs Minuten Zeit. Gegen Jury's. Ne, gut, drei Minuten, schnapp. Ach, egal. Ich bin verwirrt, dann noch mal, wir machen sofort, 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 wir machen sofort. Anfolger gesagt, was hat das getan. Ach, wenn ich nicht alles verkacken würde, komm her. Ach, wenn ich nicht alles verkacken würde, komm her. Nur noch du fällst. Du bist nämlich noch nicht tot, ne? Du musst doch nicht hinweisen, du kannst auch einfach hingehen und dich schlagen, ne? Ja, ist gut, ich hatte den doch eigentlich eben... Hä? Fühl mich so ein bisschen verarscht mit dem Spiel. Warum brenne ich denn jetzt so... Ich muss verarsch mich einweisen, äh, anfeuern. Oh. Warum kann die nicht sterben? Warum hat die Superkräfte? Scheiße. 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 Oh man, ich glaub die, die Runde ist schlechter als eh. Myth risque in die Fluss. Wahnsinn. Das stimmt. da irgendwie ja weiss nicht es ich hab nervig gesagt natürlich brennig ich auch kackfass du musst hier drin bleiben echt ja, jetzt geht das runter wir müssen zusammen hier sein ja, ist ja gut, schrei mich an wir sind sensibel wir haben nur noch eine Minute Zeit will keiner mit uns hier spielen? wo, wenn nicht so, jetzt, wir sind beeilen ja, da ist ja gerade der Bus ja, da ist ja gerade der Bus muss ich jetzt brennen? oh ne boah boah oh, ernsthaft? ich bin verbrannt aber auch, danke ja muss ich jetzt schon brennen? sorry sogar, aber ich kann dir grad nicht helfen wenn ich grad brenne und sterbe ja, wenn du dauernd in die Gegner reinhalst, dann ist es kein Wunder dass du brennst ja, das ist gut, die Runde war sowieso eh scheiße, das ist ja gelingen bei mir nicht das war mit Absicht das war mit Absicht zum Glück steht da, dein Partner wurde getötet nicht, du wurdest getötet ja, ich hab mich noch töten lassen können ja, ist ja gut, sorry ja, ist ja gut, sorry jetzt stell ich mich jetzt stell ich mich intelligenter an nee ey sag mal, musst du den nehmen, wo ich grad hinwollte? oh, verdammt ich bin scheiß Fluger ah, ich hörnchen, ich flieg mal daneben denn das habe ich jetzt alle anderen getötet und du noch keinen ich versuche mich grad, um zu orientieren und das so zu sagen warum brennig ich denn? weil er exzessiv besser gespawnt sind und du rennst natürlich neben den und weil unser Dingster Feuer macht, tut das ein bisschen weh weil unser Dingster, der das da macht, dann ja was war daneben? was war daneben? wo ist jetzt nach unten? hm T T T das ist scheiße ja, hallo Carl, da läuf' mal nach oben ja, hallo Carl, da lauf' mal nach oben k ja ich fach schon wieder um obwohl ich... Was ist das denn? Ich will den schlagen und ich krebe einfach mal hoch? Der hat mir hier ein Dokumierort äh nicht der andere Seite der das war... ja ja das hat doch auf der Seite ups t 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich